Hallo, ich bin Dominik Burch und dies ist ein weiterer Teil in meiner Serie zur Symbolik der astrologischen Häuser und zwar aus Perspektive der antiken und mittelalterlichen Astrologie. Heute schauen wir uns das fünfte Haus an und wie immer schauen wir uns das Ganze zuerst mal innerhalb der Horoskopzeichnung des Horoskopbildes an, damit wir das Ganze hier verorten können und auch um die Logik hinter der Symbolik besser verstehen zu können, weil die ergibt sich zu einem grossen Teil aus der Platzierung innerhalb der Horoskopzeichnung. Hier haben wir also ein leeres Horoskopbild in Ganzzeichenhäusern, wie ich das so gerne habe und das fünfte Haus haben wir hier unten. Jetzt, das fünfte Haus ist ein sogenanntes nachfolgendes oder sukzedentes Haus. Das heisst, es ist Teil einer angularen Triade und zwar um den Angelpunkt des vierten Hauses herum. Das vierte Haus ist hier quasi der Eckpunkt und das fünfte Haus als nachfolgendes Haus drängt hin zur Position des vierten Hauses. Und beim vierten Haus haben wir ja gesehen, da geht es um Familie, um das Heim und so weiter. Das wird jetzt für die Symbolik des fünften Hauses wichtig sein. Als sukzedentes oder nachfolgendes Haus ist das fünfte Haus so quasi von mittlerer Stärke. Das ist nicht ganz so stark wie das vierte Haus, es ist aber auch nicht schwach wie zum Beispiel das dritte Haus. Das fünfte Haus ist so mittelstark, sagen wir mal, wenn wir von der energetischen Stärke sprechen. Ein anderer sehr wichtiger Punkt, der sich hier aus quasi dem Horoskopbild ergibt, ist, dass das fünfte Haus bildet ein Trigon zum ersten Haus. Und das Trigon gilt grundsätzlich als einer der positivsten Aspekte. Das Trigon ist von der Natur her ein Jupiter, ein jupiterischer Aspekt. Und ja, somit wird das fünfte Haus eben sehr positiv bewertet, weil es ein Jupiter-Aspekt, das ein Trigon zum ersten Haus bildet. Und dann ganz, ganz wichtig hier ist wieder mal das Thema der Achsen. Das fünfte Haus bildet ja hier augenscheinlich und offensichtlich eine Achse mit dem elften Haus. Und diese fünfte Haus, elfte Hausachse ist, ja, ich würde vielleicht sagen, vielleicht können wir das die Glücksachse nennen im Horoskop drin. Oder eine sehr glücksverheissende Achse. Hier geht es generell um Dinge, wo man sagt, ah, da wurde jemand vom Glück getroffen. Das ist grundsätzlich sehr, sehr positiv. Kann natürlich immer je nach Planetenkonfiguration dann auch ins Negative kippen. Aber grundsätzlich ist die Achse fünfte Haus, äh, elftes Haus sehr, sehr positiv beladen. Das fünfte Haus hieß auch in der Antike, wurde das Agathe-Tüche genannt. Das gute Glück, ja, ganz wichtig. Und das elfte Haus war dann der Agathos-Daimon, der gute Geist. Und heute im christlich geprägten Europa müsste man sagen, das ist dann nicht der Dämon, sondern das ist dann eher der Engel, der Schutzengel. Das ist der, was in der Antike der gute Daimon genannt wurde. Das ist das elfte Haus. Und jetzt haben wir also hier diese sehr positive Achse von diesem Paar. Einerseits im fünften Haus das gute Glück, Agathe-Tüche. Und im elften Haus der gute Geist, Agathos-Daimon. Und das fünfte Haus, Agathe-Tüche, das wurde assoziiert mit dem Mond. Ja, das hat eine mondhafte Qualität. Und dementsprechend auch eher mit dem körperlichen, mit dem materiellen. Hier geht es also eher um eine Art körperliches, materielles Glück. Und dann im elften Haus mit dem Agathos-Daimon, da geht es, das hat eher eine sonnenhafte, eine solare Qualität. Da geht es dann mehr um das Geistige, um das Ideelle und so weiter. Und man sieht es ja auch schon daran, dass eben das fünfte Haus ist quasi im unteren Teil des Horoskopbildes, quasi unter dem Horizont. Und das elfte Haus dann über dem Horizont. Hier spielt natürlich auch wieder das mehr lunare, materielle, der unteren Hälfte und das eher geistige, ideelle, solare, in der oberen Hälfte. Und ganz wichtig ist zu verstehen, dass eben dieses Paar von Agathe-Tüche und Agathos-Daimon, die wurden in der antiken Welt, in einem ganz grossen geografischen Raum, Mesopotamien, der ganze Mittelmeerraum und so weiter, das wurde quasi als ein, je nachdem, als eine Art Götterpaar verehrt, oder auch eben als eher so eine Art, als Daimonenpaar, das war quasi eine Stufe unterhalb der Götter, ja, was wir heute vielleicht Engel nennen würden oder so, die wurden meistens als Paar verehrt. Und eben sehr positiv, sehr, sehr positiv bewertet, auch im Sinne von, damit, um sein Schicksal vielleicht ins Positive zu wenden und so weiter. Aber ich werde vielleicht dann mehr zu diesem Götterpaar erzählen, wenn wir dann das Elfte Haus uns anschauen. Bleiben wir jetzt mal beim Fünften Haus. Ein anderes, ganz, ganz wichtiges Element, um die Symbolik des Fünften Hauses zu verstehen, ist, dass das Fünfte Haus wurde die Freude der Venus genannt. Das Fünfte Haus ist also ganz, ganz stark mit der Venus und allem Venusischen assoziiert. Die Venus fühlt sich im Fünften Haus besonders wohl, weil sie dort eben ihre Venusischen Qualitäten ganz besonders gut entfalten kann, von der Thematik her. Und wenn dir diese Art von astrologischen Lernvideos eine Freude sind, dann bitte gib diesem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Wir können also ein Stück weit zusammenfassend sagen, dass wir hier eine Kombination haben von Jupiter, Mond und Venus, was die Symbolik angeht. Jupiter, Mond und vor allem Venus. Die Venus ist hier ganz, ganz wichtig. Was ist nun die Symbolik vom Fünften Haus? Wie interpretiert man das Fünfte Haus? Das erste Thema, das einem in den Sinn kommt, wenn man das Fünfte Haus anschaut, und das war auch schon in der Antike so, das ist das Thema Kinder. Schwangerschaft, Kinder bekommen, Kinder allgemein. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema im Fünften Haus. Und wir haben ja gesehen, dass eben das Fünfte Haus drängt, als nachfolgendes Haus hin zum Vierten Haus. Das Fünfte Haus drängt thematisch hin zum Vierten Haus, wo eben Familie, Heim und so weiter bedeutet. Da macht das eben Sinn. Und auch der Jupiter war eben ganz stark assoziiert mit dem Kinder bekommen. Das war der, Jupiter ist der Schöpferplanet, der die schöpferische Kraft hat und eben auch die Kinder bringt. Das ist der Jupiter. Und dann haben wir eben auch gesehen, dass der Mond von der Symbolik hier eben auch eine Rolle spielt. Und der Mond hat eben natürlich diese mütterliche Qualität. Also Thema Kinder liegt auf der Hand. Und dann das zweite ganz, ganz große Thema im Fünften Haus ist das gute Glück ganz allgemein. Quasi die wörtliche Übersetzung vom antiken Namen des Fünften Hauses, von Agathe Tüche, das gute Glück. Und gemeint ist eben eine Art Glück, das einem befällt. Wenn man sagt, ah, der hat jetzt aber Glück. Heutzutage wissen wir natürlich, dass zum Beispiel das Thema Kinder bekommen, da brauchst du ein bisschen mehr als nur Glück. Da haben wir auch einen Beitrag dazu zu leisten. Aber es geht hier im Fünften Haus eben nicht nur um Kinder, sondern ganz allgemein um das Thema Glück. Und zwar Glück eher ein bisschen im Sinne von materiellem und körperlichem Glück. Ja, das geistige Glück und so weiter, das finden wir dann eher im Elften Haus. Aber wir können es auch im Fünften Haus finden, weil eben die Häuser, die auf einer Achse sind, dann sich gegenseitig ein bisschen der Symbolik teilen. Ja, was die Elfte Haus-Symbolik finden, wird dann eben auch in einem kleineren Maße dann im Fünften Haus und umgekehrt. Also Kinder einerseits und das gute Glück. Ja, von dem können wir alle immer etwas gebrauchen. Ja, das Fünfte Haus. Und dann kommen hier ganz viele weitere Bedeutungen dazu. Und viele von diesen Bedeutungen, die dazukommen, sind eben ganz stark mit der Venus assoziiert. Also im Fünften Haus geht es darum, um alles, was Vergnügen bereitet, alles, was Spass macht und Freude bereitet. Und das kann wirklich in einem sehr, auch in einem sehr oberflächlichen, materiellen, körperlichen Sinne gemeint sein. Also das geht hier um gutes Essen, gutes Trinken, schöne Kleider, auch Spiele, Spiele, alles, was ihnen die Freude macht und Spass macht und Vergnügen bereitet. Auch die Taverne, in der Schweiz muss man sagen, die Beiz, das ist alles Teil vom Fünften Haus. Das ist alles Venusisch von der Qualität, wo Menschen zusammenkommen. Die Venus will ja Menschen zusammenbringen, die Göttin der Liebe, wo Menschen zusammenkommen und miteinander Spass haben. Das ist ganz, ganz stark Fünftes Haus. Auch eine alte Bedeutung vom Fünften Haus hat zu tun mit Geschenken und Spenden. Wenn man Geschenke bekommt oder auch gibt oder wenn man eine Spende bekommt oder jemandem eine Spende macht, dieses Schenken und Geschenke empfangen, das ist alles Fünft Haus. Das ist so ganz stark Venusisch, aber hier kommt jetzt auch schon wieder ein bisschen eine Jupiter-Qualität mit hinein. Der Jupiter hat eben auch was zu tun mit Geschenke geben und empfangen und so weiter. Und dann auch ganz spannend, im Fünften Haus haben wir auch das Thema von Gesandten, Botschafter, also jetzt in einem diplomatischen Sinne, politischen Sinne, Botschafter, Gesandte und so weiter, die quasi von einer Regierung gesandt werden, in ein anderes Land. Und die bringen ja dann eben auch oft Geschenke mit, um sich vielleicht ein bisschen einzuschleimen bei der örtlichen Regierung und den Machthabern und so weiter. Ich weiss auch nicht genau, wie das funktioniert, aber so stelle ich mir das vor. Und mit dieser Idee von diesen Gesandten und Botschaftern und so weiter, das haben wir auch bereits ein bisschen im dritten Haus gesehen. Dort haben wir auch diese Thematik mit drin. Aber eben auch im Fünften Haus. Und das kommt jetzt halt ganz, ganz stark von der Mond-Symbolik her. Weil der Mond eben, der ist stark assoziiert mit diesem Thema Botschafter, Gesandte, wie sagt man, die die Nachrichten überbringen und so weiter. Und wenn sie dann noch Geschenke mitbringen, dann haben wir auch noch dieses Venus-Jupiter-Thema mit drin, dann passt das natürlich besonders gut. Und dann haben wir auch im fünften Haus das Thema vom Streben nach Ehren. Wenn man nach Ehren strebt, das ist vielleicht heute in unserem, sagen wir im deutschsprachigen Raum, weniger ein Thema. Vielleicht zu wenig auch, könnte man auch argumentieren. In anderen Kulturen ist das natürlich noch ganz gross. Wenn man sagt, der hat noch Ehre oder das ist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau und so weiter. Aber das ist auch etwas, das wir hier im fünften Haus finden. Und das ist wieder ganz stark Jupiterisch. Das kommt vom Jupiter her. Und auch vom elften Haus. Weil das ist dann etwas, das man vielleicht primär mit dem elften Haus assoziieren würde. Und dann eher sekundär mit dem fünften Haus. Aber wird auch mit dem fünften Haus assoziiert. Und dann auch ganz ähnlich die Situation mit dem Thema Freundschaft. Das ist auch etwas, das wir sonst eher mit dem elften Haus verbinden. Aber hier eben auch im fünften Haus. Weil diese Thematik geteilt wird. Und eben auch ganz stark was mit Jupiter und auch etwas mit der Venus zu tun hat. Das Thema Freundschaft. Aber dann war es dann noch viel typischer oder viel besser, würde ich mal sagen, viel intensiver ins fünfte Haus passt. Ist der ganze Themenbereich rund um das Thema Liebe und Romantik. Das ist ganz, ganz stark fünftes Haus. Und hier spielt natürlich die Venus die Hauptrolle. Weil das fünfte Haus ist das Venushaus. Die Freude der Venus. Also alles, was hier mit dem Thema Liebe und Romantik zu tun hat, haben wir hier drin im fünften Haus. Und auch natürlich das Thema, weil es ja eine körperliche Qualität hat. Thema Sexualität ist auch fünftes Haus. Und zwar ganz stark, also Liebe und Sexualität, Romantik, diese Themen vor allem im Sinne von, wenn es eben Spass macht, wenn es Venusisch ist und nicht unbedingt so sehr im Sinne von einer Langzeitbeziehung oder einer festen Beziehung. Feste Beziehungen, Langzeitbeziehungen usw., das sehen wir dann eher im siebten Haus. Kommen wir dann noch dazu. Aber im fünften Haus geht es eben mehr so um das Vergnügen, die vergnügliche Seite, die venusische Seite von Liebe, Romantik und Sexualität. Und dann haben wir natürlich durch diese Kombination von Venus, Jupiter, Mond, diese Betonung auf Venus haben wir natürlich auch, den ganzen Themenkomplex von Kunst, Musik, Tanz, also diese künstlerischen, kreativen Aspekte des Lebens, die finden wir auch im fünften Haus. Und das macht auch Sinn, insofern, dass ja, sagen wir, wenn du Künstler bist, dann ist ja dein Werk, dein Kunstwerk oder deine Musik, das ist dann auch in einem gewissen Sinne dein Kind, ja. Nicht dein leibliches Kind, aber es ist Kind deiner Schöpfung oder deiner schöpferischen, kreativen Kraft. Das passt eben auch ganz stark ins fünfte Haus. Also alles, was mit Kreativität usw. zu tun hat. Und das Thema Kreativität, vor allem im Sinne mehr vom quasi schöpferischen, wenn man eben ein Werk oder ein Kunstwerk oder ein Musikstück quasi erschafft und das schöpferisch tätig ist, das Schöpferische, das ist nicht nur Venusisch, das ist eben auch ganz, ganz stark vom Jupiter. Der Jupiter bringt hier das Schöpferische mit rein, weil der Jupiter ist eigentlich der schöpferische Planet, wie ich, glaube ich, vorhin schon gesagt habe. Ich wiederhole mich halt gerne mal. Und dann können wir auch sagen, dass in diesem Sinne hat das fünfte Haus daneben auch was zu tun mit dem Selbstausdruck. In der modernen Astrologie wird das Thema Selbstausdruck ganz stark betont im fünften Haus, weil in der modernen Astrologie das fünfte Haus mit dem Zeichen Löwe assoziiert wird. Das ist aber ganz modern. In der Antike und im Mittelalter hat das fünfte Haus per se mal nichts zu tun mit dem Zeichen Löwe, ausser wenn du natürlich Aszendent wieder wärst. Dann ist das was anderes. Aber gut, wir haben gesehen, dass eben durch diese Kombination von Venus, Jupiter und Mond, da haben wir natürlich schon auch eine ganz stark schöpferische, kreative, künstlerische und somit eben auch das Thema Selbstausdruck auch hier irgendwie mit drin. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Bedeutungen für das fünfte Haus. Es gäbe noch andere, aber ich glaube, das ist so der Kern. Und somit sind wir bereits am Ende dieses Videos. Bitte gib einen Daumen hoch, wenn du es noch nicht gemacht hast und abonniere den Kanal. Vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.